großartig also hier im hause krone sind wir mehr als willkommen und das spürt man hier eben auch die vorbereitung was hier alles aufgefahren ist also die teilnehmer und ich wir sind wirklich schon schwer begeistert also am besten hat mir gefallen dass eben alles so perfekt vorbereitet war also dass wir hier auch so herzlich empfangen worden sind der dr krone der bernhard krone haben uns heute mittag hier schon in empfang genommen das ist so typisch krone da sind alle stehen da wenn man zu besuch kommt weil es einfach sehr familiär ist hier und weil es sehr unaufgeregt ist wir haben ja ganz viel platz und wir haben ja ganz viele möglichkeiten uns zu treffen gemütlich zusammen zu sitzen also ist einfach macht einfach riesen spaß und für die leute die spaß an alten nutzerzeugen haben so viele alte lkw ist auf einen haufen werden sie schnell nie wieder finden so